Hallo Gretel, wir haben gestern die folgenden Wörter gelernt. Schaut mal her. Was ist das? Du kennst schon mal dieses Wort. Das ist der Teddybär. Male bitte daneben einen blauen Punkt. Dankeschön. Sagen wir noch einmal. Das ist der Teddybär. Letztes Mal. Das ist der Teddybär. Gehen wir mal weiter. Wir haben dieses Wort schon gelernt. Was ist das? Das ist der Teppich. Male bitte den Kreis daneben blau an. Das ist der Teppich. Das ist der Teppich. Ein neues Wort kommt jetzt. Das ist die Uhr. Male bitte den Kreis daneben rot an. Das ist die Uhr. Gehen wir mal weiter. Such mal bitte dieses Bild. Ich habe das schon mal mehrmals erwähnt. Deswegen erinnerst du dich sicher noch schon daran. Mal bitte daneben einen roten Punkt. Letztes Wort für heute. Wir kennen schon dieses Bild. Dann wiederholen wir jetzt alle Wörter zusammen. Greta, was ist das? Das ist der Teddybär. Greta, was ist das? Das ist der Teppich. Greta, was ist das? Das ist die Uhr. Das ist die Uhr. Das ist die Uhr. Greta, was ist das? Ganz einfach. Das ist die Lampe. Das ist die Lampe. Das ist die Lampe. Greta, du kennst schon dieses Wort. Was ist das? Das ist der Hund. Das ist der Hund. Das ist der Hund. Also, sagen wir zusammen. Das ist der Teddybär. Das ist der Teppich. Das ist die Uhr. Das ist die Lampe. Das ist der Hund. Danke schön. Das war's für heute. Tschüss.